Arschloch, was machen wir eigentlich? Nicht frei! Ich nehme einen Baggerraum. Oder machen wir Trepppunkt Mainhole? Was hast du mir schon hinterher? Ich habe schon gesagt, Trepppunkt Mainhole. Oder machen wir Trepppunkt Mainhole? Machen wir es oder wir müssen es nicht? Ja, die hat die anderen Seiten ab. Ich bin frei und mache alles was anderes bei dir. Was ist denn da? War ich tot? War ich tot? Kann ich stoppen? Echt? Können wir nicht nehmen? Ich gebe auch gerne an. Ja, ich habe mir auch geschlüsselt. Das ist gut. Ich habe mich nicht mehr in den Hocken. Ich habe mich nicht mehr in den Hocken geklärt. Ich habe mich nicht mehr in den Hocken geklärt. Was ist das dann? Nein, das war der Stefan. Der Stefan hat sie gelegt. So, bitte kleine Auslösen. Wer von vielen? Hast du überlebt? Wir verlorst noch. Das ist gar nicht getroffen. Du hast aber geserbt noch. Ich habe das alles umgebracht. Und ich selbst in die Luft gejagt. Chef tut ihr die Eilekart. Eilekart tut ihr die Tosnick. Chef tut ihr die Tosnick. Nee, schade. Schöööö, langsam. So, ZL. Den muss ich aber nur wollen, auch herzlichen. Ich mach, ich mach. Ich muss den Hinterraum hinten. Hinten? Oben? Ja, nach hinten. Das du nicht schaffst. Leute, ich geh jetzt wieder ganz gemütlich essen. Oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ja. 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 Ja, der hat den Raum in die Luft gelegt. Ist ja super. Hä? Gibt ein. Also, er macht immer das selbe, oder? Nee, du? Nee. Ja, das war immer anders dagegen. Das ist nur was gelöst worden, weil ich hochgesprungen bin. Ja. 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 Ja, das ist wirklich tot. Weil auch das gelingt. Ich kann ja auch ... Ich kann ja auch ... Kann man falsch sein. Wenig, mehr, aber einige der Fall. Weil er muss ja ... Ohnfest halten! Auch. Ja. Das ist wichtig, dass er sich oben festhaut, und nicht unten, wo man einige ... Eine gehen wohl ... Eine gehen, ja ... Ja, das macht ... Was? Was ist denn das? Das sind die ... Das sind die ... Laserschampen, die dunkel jetzt nicht konstelliert sind. Echt? Ja. Der hab ich noch nie gesehen. Schau, das hat zum Beispiel gar nicht gewusst, dass der ... Ja, weil du das schon ein paar Mal ausgeschlossen hast. Nein, ich hab dich noch nie ausgeschlossen, ich hab das immer angebracht. Oh Gott. Bis irgendwann einmal der Strom aus ist. Batterien aus sein. Mach das auch schon. Ja, so spielen wir jetzt ... Jetzt könnten wir mal die Sonne spielen. Warte, die anderen beiden, was die spielen wollen. Ich hab's noch immer noch ... Boah, super! Boah, super! Boah, super! Boah, super!